hallo hier ist der martin von money monkeys dass die dax analyse für mittwoch den vierten fünften 2022 und man hat hier ein leichtes déjà vu glaubt man sieht die gleiche informationen die gleichen bilder und es ist auch tatsächlich so der dienstag hat nicht viel neues mit sich gebracht wir sind kurz drüber gestoßen über den vortrag über die 1440 auch haben das gleich pack probiert ist ja durchaus ein probates mittel also geht offen lassen und so was das funktioniert immer ganz gut wenn der markt ein bisschen trendig unterwegs ist dass man dann einfach druck drauf kriegt und der markt lang durchlaufen kann aber nicht gemacht direkt wieder zu gerammelt das ding und dann hat man weiß gar nicht kurz nach dem mittag ein update rumgeschickt der alte range wieder 1440 oben 1329 unten und zack was hat er gemacht 1329 unten 13 14.040 oben und mehr ist nicht passiert ist nicht raus und solange wir noch nicht raus sind aus der range gibt es ja jetzt erstmal kein neues signal das heißt es gilt auch das was wir vom vortag gesagt haben wobei von 14.040 sich gut halten darüber etablieren verteidigen nach oben und so weiter hatte definitiv potenziale in erster linie vielleicht erstmal ein bisschen klein gestapelt die 14.100 dran holen mal am band schnuppern das ist um 14 150 14 180 ist die zweitwichtige zone und dann schmiegt sich unheimlich auffällig der gleitende durchschnitt mit der abwärts drin kante im bereich um 14.220 also das sind so interessante ziele auf der oberseite wenn er kommt vielleicht kann uns ja die fetten bisschen helfen da was hinzuschubsen ansonsten unten bleibt auch alles erstmal von der perspektive gleich das heißt wenn unser dax unter 13.800 verschwinden sollte würde ich das kritisch werden sollte jetzt bloß auf 8 50 wieder nach oben drehen dann dann passiert dann auch nichts dann läuft auch bloß wieder hoch an die 14.000 an die 14.50 und naja dann weiter zur seite also dem will ich unten aus dem band raus haben für short signale für bohrliche signale wird es einfach reichen bisschen mal zu drücken halten ein bisschen motivation zu zeigen einfach mal so wenigstens ein bisschen motivation zu zeigen und davon war jetzt zum dienstag nicht wieder kennen wir gucken mal wie der mittwoch einkommen wie gesagt fett tage fett fett steht an also federal reserve die notenbank in amerika und von daher könnten wir vielleicht dadurch ein bisschen auftrieb kommen ist natürlich auch erst am nachmittag und ja ich kann ja gar nicht mehr sagen punkt wir können die eigentlich die analyse zu machen kürzeste analyse des jahres bisher möchte ich behaupten aber ist auch wirklich so gibt es nichts zu ergänzen wir haben und die 14 800 die 13.800 darunter nimmt das risiko zu in den gap close bei 47 rein darunter geht es noch mal auf ein neues tief zur 45 das alles so wie am vortag alles gleich auch oben 14.040 der muss darüber bleiben muss es halten dann das 14 100 und mehr möglich muss kommen muss kommen naja jetzt müssen wir erst wieder den dax kommen lassen dann können wir auch den blick aktualisieren ansonsten bei gleicher perspektive jetzt ein anderes ziel herzuleiten das wäre auch irgendwo quatsch ne gut von naja machen wir es nicht unnötig länger als es sein muss ich wünsche euch einen schönen abend oder morgen den ihr jetzt noch habt mit der frei gewordenen zeit durch die verkürzte analyse und wünsche euch viel erfolg im dax wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss